Nächster bitte. Hallo. Hallo. Ihren Pass und das Flugticket bitte. Mhm. Dankeschön. Ihr Geburtsdatum bitte zum Abgleich. 16.12.19. Okay. Dankeschön. Wie lange werden Sie hierbleiben? So 14 Wochen, 3 Wochen, das ist Spontan. Ja, das ist Spontan. Das heißt, Sie haben nur ein One-Way-Ticket? Genau. Erstmal schon. Okay. Mhm. Und was ist der Grund? Familie oder Business? Familie. Gut. Ich muss Ihnen geteilen, dass wir eine intensive Untersuchung bei Ihnen machen werden. Mit Metalldetektor und einem Hörskörperabtastung. Okay. So. Ich werde jetzt diesen Metalldetektor benutzen. Gibt es irgendwas, was ich wissen müsste? Irgendwas, was Sie in den Taschen haben? Irgendwas? Nein. Okay. So gut. Gut. Dann können Sie sich wieder so gehen. Die Arme hoch. Perfekt. Das haben Sie wahrscheinlich schon öfter gemacht. Das ist jetzt das erste Mal. Mhm. Gut, dass Sie hier nicht damit abstehen. Dann drinnen. Bitte wieder zurückdrehen, jetzt werde ich sie mit meinen Niederhandschuhen abtasten. Und auch an verschiedenen Stellen Tests machen, ob ich da illegale Substanzen, ob ich Spuren von illegalen Substanzen finden kann, dass ich schon mal verscheiden muss. Alles klar. Okay. Ich beginne an ihrem Kopf, in ihrem Kopfbereich. Okay. Gut. 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 Vielen Dank. Ich benutze nun ein Lambda, ein bisschen Licht, bitte einfach so bleiben. Vielen Dank. Okay, bitte wieder umdrehen. So, ich mache mit dem Abtasten weiter. Bitte die Arme nach oben nehmen. Danke. Jetzt werde ich Ihre Kleidung auf illegale Substanz testen. Okay. 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 Das werde ich jetzt ins Labor schicken und wir warten natürlich auch auf die Ergebnisse. Okay. So, als nächstes würde ich Sie bitten, Ihre Jacke auszuziehen und mir auszuhändigen. So, bitte die Arme heben. Danke schön. Okay. 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 Okay, gut. Als nächstes werde ich jetzt Ihre Haut untersuchen, im besonderen der Arme und Hände und Finger. Okay. Ich werde hier ein paar Proben entnehmen und auch das dann ins Labor schicken. Okay. 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 Bis jetzt ist alles in Ordnung. Wir warten natürlich noch auf das Labor. Jetzt werde ich aber die Beine und Füße runter gehen. Nicht ganz klar. Okay. 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 Und jetzt noch ein, aber auf. Okay. 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 Vielen Dank. Dann bitte die Schuhe ausziehen. 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 Für heute haben Sie Glück gehabt. Es wird nichts gefunden. Ja, so dürfen Sie wohl gehen. Hier ein Flugticket passen. Und natürlich die Jacke. Danke. Danke für Ihre Zusammenarbeit und willkommen auf dem Flughafen. Dankeschön. Tschüss. Die Schuhe ausziehen. Die Schuhe ausziehen. Die Schuhe ausziehen.